Massimo Sinato, 42, gehört zu den beliebtesten Profis von Let's Dance. Doch der Profitänzer kennt auch die Schattenseiten des Ruhms. Nun muss er sich erneut rummergern. Let's Dance Massimo Sinato ist außer sich. Massimo Sinato ist seit 2010 Teil von Let's Dance. In diesem Jahr feierte er nach einer Babypause sein Comeback bei der beliebten RTL-Tanzshow. Gemeinsam mit Amira Pocher schaffte der Ehemann von Rebecca Mirs auf den vierten Platz. Massimo gehört zweifellos zu den beliebtesten Profis bei Let's Dance. Auf Instagram folgen ihm fast 270.000 User. Neben gelegentlichen Schnappschüssen mit seiner Ehefrau gibt Massimo Sinato auf der Social-Media-Plattform überwiegend Einblicke in seine Arbeit. So stand der Vater eines Sohnes gerade mit einigen Let's Dance-Kollegen für die RTL-Sendung 5 gegen Jauch vor der Kamera. Für Massimo könnte es aktuell also kaum besser laufen. Doch ausgerechnet Instagram vermiest dem 42-Jährigen jetzt gehörig die Laune. Fake-Profil aufgetaucht. In seiner Story veröffentlichte Massimo Sinato jetzt einen Screenshot von einem Instagram-Account. Das Profilbild zeigt den Familienvater lässig an einem See. Das Leben bietet immer einen Neuanfang für jeden, der mutig genug ist, danach zu greifen, heißt es in der Bio. Doch bei dem Account handelt es sich keineswegs um den von Massimo. Fake. Dieser Account und weitere schreiben Fans an und geben sich als mich aus. Beschwerte der Profitänzer sich. Die User geben sich nicht nur als Massimo aus, sie scheinen auch noch Erfolg damit zu haben. Der gezeigte Account hat bereits eine beachtliche Followerzahl von über 1000 Followern. Klar, dass Massimo Sinato außer sich vor Wut ist. Inzwischen scheint das Profil gelöscht worden zu sein. Offenbar wurde die Seite fleißig von Massimos Followern gemeldet. Ein Glück. Beide Musik lassen Sie dann einfach nur um einen Spinn oder zwei 一 Senf in der Fall haben, damit auch etwas erging. Was ist della Lieferhaxe Ihnen Bowen? Was sch Zur locomotiv an Followern gemeldet wird. Vielen Dank.